Hallo liebe Fußballfreunde, Thema VfL Oserbrück, 2. Bundesliga 2023-2024, dritter Spieltag, VfL Oserbrück gegen RFC Nürnberg, Ergebnis 2 zu 3. Stadt 11 von VfL Oserbrück. Enkelhard, Stadt 11 von SFC Nürnberg. Martinia, Kamada, Grölonin, Lavaninke, Proven, Lune, Utsun, Da, Du, Mann, Schleimer, Oberkunki, Hossi. Das war's von VfL Oserbrück gegen RFC Nürnberg. Uhrzeit 22 Uhr 3.